Herzlich Willkommen zu deiner Folge FischkoppTV, hier ist der Fischkopp und wir spielen weiter Baphomets Fluch, das beste Spiel der Welt. In der letzten Folge haben wir uns diese Kirche mal angeguckt und da haben wir verschiedene Sachen gesehen und ja auch für euch ist es jetzt wahrscheinlich gestern gewesen diese Folge und für mich ist es üblich eine Woche her, deswegen bin ich mir nicht mehr so ganz sicher was alles war, aber da waren glaube ich Sachen. Das Problem ist, wir müssen wahrscheinlich hier diesen Deckel aufmachen, aber da stört uns hier der Polizist und da drin konnten wir auch nicht wirklich was machen. Ich erinnere mich dunkel, dass dieser, ich hab vergessen wie er heißt, Naturwissenschaftler zu Nico kommen wollte, damit wir mal diese Rolle angucken. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie aktuell ist. Wir schauen erstmal, ob wir mit dem Bullen noch mal reden können, dass der vielleicht irgendwie weggeht oder so. Ich wollte das nur mal checken. Hallo. Hallo Monsieur. Äh, oui oui. Äh, je suis de la vente. Non? Ich habe Ihnen diesen Gips schon gezeigt, oder? Oui Monsieur. Okay. Ich glaube, hier können wir nichts machen erstmal. Wir sehen uns wohl noch. Oui Monsieur. Ich werde hier sein. Oui oui. Also was ich jetzt erstmal probieren werde, ist woanders hinzugehen. Was ist das? Achso, Aeroport. Ne, nach Irland wollen wir gerade nicht. Äh, Montfasson. Ähm, da bin ich gerade. Kann das sein? Äh, non? Äh, oui? Äh, Musee Grün. Da ist der Naturwissenschaftler. Hier ist die Polizei. Wollten wir doch nicht. Auch noch hin. Äh, gut. Lass euch erstmal gucken, ob wir hier, ähm, bei Nico irgendwas machen können. Hallo George. Hallo. Ähm. Oh, übrigens, André Lobineau hat mich besucht. Ach. Oh ja, es macht dir doch nichts aus, dass ich ihm deine Adresse gegeben habe. Keineswegs. Es war schön, ihn wiederzusehen. Er ist fast übergeschnappt, als ich ihm die Schriftrolle gezeigt habe. Es passiert nicht oft, dass er sich so aufregt. Er hat das Ritterwappen abgemalt, um es mit ins Museum zu nehmen. Ähm. Ich hoffe, er hat die Familie ausfindig gemacht, die das Wappen trägt. Das hoffe ich auch. Das, das, das hoffe ich auch. Da drücke ich jetzt nicht drauf, weil da gucken wir uns so wieder die ganze Rolle an und das brauchen wir jetzt nicht. Glaubst du, der Mörder war für den Tod von Marquet verantwortlich? Das glaube ich nicht. Er hätte ihn schon das erste Mal erledigen können. Außerdem hätte Marquet ihn erkannt. Er war bis oben hin mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt. Er hätte nicht mal mehr die vier Reiter der Apokalypse erkannt, ohne dass sie sich vorgestellt hätten. What? Okay, und das war's jetzt, oder was? Hm. Okay, ich glaube, das haben wir alles schon angeguckt, beziehungsweise mit ihr besprochen. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Okay, das heißt, er war hier. Und das heißt, vielleicht können wir hier irgendeinen Shit machen. Oder doch nicht. Erstmal mit ihm reden. Hi, André. Hallo, George. Hey, ich habe Nicoles Wohnung einen Besuch abgestattet. Ja, sie hat mir von ihrem Besuch erzählt. Mann, oh Mann, das ist ein Fang, Georgie Boy. Sowas habe ich nicht erwartet. Sowas so sexy. Ich hoffe, Sie sprechen von der Schriftrolle. Mary, natürlich. Äh, what? Entschuldige mal bitte. Was meinen Sie zu der Handschrift? Sie dürfte auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen. Das haben wir uns auch gedacht, wegen des Templer-Siegels. Es ist eine Bildergeschichte, wie die modernen Comics. Was erzählt die Geschichte in der Schriftrolle? Das weiß ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich für den Touristenmarkt gemacht. Touristen? Oh ja, Pilger, tausende davon auf ihrem Weg nach Jerusalem. Das Geschäft mit dem Tourismus ist nichts Neues, wissen Sie. Das gab es schon seit Hunderten von Jahren. Angefangen mit Joshua, der sich mit dem Verkauf von Steinen aus den Mauer von Jericho eine goldene Nase verdient hat. Haben Sie ein paar der Bilder aus der Schriftrolle entschlüsselt? Es gibt nicht viel, woran ich mich halten könnte. Die Schlachtung des Stiers könnte ein Hinweis auf Mithras sein. Wer ist das? Ein persischer Gott. Fast so populär wie Christus damals. Das einzige, worüber ich mir sicher bin, ist der Ritter. Er ist Spanier. Woher wissen Sie das? Die Aufschrift auf dem Schild. Der Hinweis auf Ave Maria. Kein nordeuropäischer Ritter, der etwas auf sich hielt, hätte so ein Wappen getragen. Können Sie das Wappen des Ritters identifizieren? Das habe ich schon, George. Er ist ein Mitglied der Familie des Vasconcellos von der Costa Calida. Waren Sie berühmt? Nein. Nach dem 15. Jahrhundert tauchen sie nirgendwo mehr auf. Oh. Das Rad der Geschichte bewegt sich weiter. Sie sind vermutlich seit langem ausgestorben. Da bin ich mir auch nicht so sicher, mein Freund. So, das haben wir aber, glaube ich, alles schon mit ihm auch besprochen. Das heißt, ich habe hier quasi nichts erfahren. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Also, bisschen was. Aber eigentlich nichts. Ähm, ich... Ich weiß, ihr hattet vermutet, dass ich hier irgendwie Sachen umkippen muss und mich da verstecken muss. Bla, bla, bla. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, ich muss vorher irgendwas triggern, damit hier quasi eingeleitet wird, dass ich hier nachts rein kann. Also, dass ich quasi nachts hier rein kann und abwarten kann, bis alle weggegangen sind. Das ist im Moment meine Vermutung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen an so einen Punkt gekommen, den ich lange befürchtet hatte. Und zwar, dass ich so ein bisschen raus bin und nicht mehr so richtig die Idee habe, was wir jetzt als nächstes machen. Wir waren jetzt hier drin, haben mit dem geschnackt, der hat uns irgendeinen Tipp gegeben über irgendeinen Ritter. Bla, bla, ausgestorben sind sie natürlich wahrscheinlich nicht. Mon Fasson, dann haben wir das Café nochmal. Dann hätten wir... Lass uns doch mal zu der Polizeistation gehen. Kriegen wir da was Neues raus? Ich glaube auch nicht. Guck mal hier, Hans-Joachim hier Nacken ist auch nicht da. C'est Jean-Mué? Ja. Oui. Ich möchte einen Überfall melden. Ja, Monsieur. Wo ist das Opfer? Ich selbst bin das Opfer. Ich wurde von ein paar Ganoven überfallen. Ah, ich verstehe. Und wo fand dieser angebliche Überfall statt? Vor dem Hotel Ubu. Sie haben mir aufgelauert, als ich das Hotel verließ und meine gesamten Taschen durchstöbert. Können Sie die Täter beschreiben, Monsieur? Der eine sah aus wie ein Gorilla, der andere wie ein Wiesel. Sie heißen Flapp und Guido. Bon. Diesmal schnappe ich sie mir. Ähm, hatten wir das nicht schon, Freunde? Ich glaube schon. Aber irgendwie geht der jetzt nicht weg und so. Möchten Sie mir die Hand schütteln, C'est Jean? Nicht während ich noch... Bla, bla. Hatten wir alles. Hatten wir alles. Bis bald, C'est Jean. Hatten wir alles. Hier komme ich jetzt nicht hin. Natürlich nicht. Telefonieren brauche ich auch nicht, oder? Ah, die Musik ist so schön. Immer. Ne, kann ich auch nicht. Okay, gut. Ähm, gut. Dann... Übrigens habe ich von der... Ähm... Von der Frau X aus Y gelesen, als wir in diesem Hotel Ubu waren und da quasi unten nicht raus sind, sondern gleich oben lang und das Pergament aus dem Fenster geschmissen haben, damit wir es uns da abholen können. Da hätte uns das Spiel quasi gar nicht erst erlaubt, aus dem Hotel rauszugehen, weil er dann gesagt hätte, oh, die werden mich ja durchsuchen und dann werden sie mir das abnehmen. Nur so für die Leute, die daran interessiert gewesen wären. Äh, wir gehen nochmal zurück. Äh, na, warte mal. Kaffee. Ich meine, zum Kaffee brauchen wir nicht gehen. Da ist doch nix. Da ist doch nix. Ich meine, wir können es mal probieren. Tag! Alle chick. Hallo, erinnern Sie sich noch an mich? Mary, Inspekteur. Haben Sie ihn gefunden? Wen? Den Mann aus der Kanalisation natürlich. Ich gehe gerade das Beweismaterial durch. Puh, und den Job beneide ich Sie nicht, Monsieur. Also, was machen Sie so, wenn Sie nicht gerade die Kanalisation durchforsten? Ich dusche ziemlich viel. Oh, sehr gut, Monsieur. Ein Polizist mit Humor. Okay, das verstehe ich nicht. Aber wir können nicht weiter mit ihm reden. Das finde ich auch ganz gut, dass er uns quasi, also das Spiel uns quasi sagt, okay, pass mal auf, mit dem hast du schon geschnackt. Ich finde es so ein bisschen lustig, dass er hier tagelang einfach so rumsteht. Ich meine, ich war ja zwischendurch in Irland, ja. War noch so ein bisschen so unterwegs, ne. Er steht einfach den ganzen Tag hier und starrt in dieses Loch. Da gehen wir jetzt rein. Übrigens. Wir werden da nichts finden. Nehme ich an. Ne. Gut, hier ist nichts. Dann finde ich allerdings wiederum doof, dass er diesen Punkt nicht ausgraut. Dass man weiß, okay, hier ist einfach erstmal nichts zu holen. Wobei ich gerade letztens ein Let's Play gesehen habe von, oh, lass mich lügen, ich glaube, das war Hyuga, wo er gesagt hat, ja gut, jetzt in diesem Spiel verglichen mit zum Beispiel Memento Mori, hast du unglaublich wenig Möglichkeiten, Sachen zu kombinieren und überhaupt erstmal anzuklicken. Was natürlich die Sache ein bisschen einfacher macht. Ähm, trotzdem bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Irgendwo hinreisen kann ich... Oh, shit. Warum können wir nach Spanien? Geil. Ich habe das Gefühl, dass hier die Videos unterbrochen werden und das geht mir ganz schnell auf den Sack, Leute. Es tut mir wahnsinnig leid, wenn das stimmen sollte. Wo zur Hölle sind wir hier? Ach, ich erinnere mich dunkel. Sehr, sehr dunkel. Hallo, Entschuldigung. Ah, voll durchs Wasser gelaufen. Hahaha. George. Hi, ist dies das Haus der Familie de Vascancellos? Wer will das wissen? Ich hatte das deutliche Gefühl, diese alte Stinkstiefel würde Ärger machen. Ich heiße George Staubert. Ich habe mich gefragt, ob... Das Haus ist nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Ist das hier das Haus der... De Vascancellos? Und was geht Sie das an, Senior? Hören Sie, ich möchte doch nur einmal mit dem Haushaltsvorstand sprechen. Es gibt hier keinen Haushalt. Nur die Gräfin und mich. Irgendwie habe ich vergessen, wie wir hierher gekommen sind. Aber ihr werdet es ja noch wissen, ne? Erzählen Sie mir doch etwas über die Gräfin de Vascancellos. Sie empfängt keine Gäste. Das ist alles, was Sie wissen müssen. Sie wissen doch noch nicht einmal, worüber ich mich mit ihr unterhalten will. Sie hat ja wohl kaum in der Lotterie gewonnen, oder? Sie... Ähm, oh, ja, ja doch! Äh, doch, genau das ist es. Die Gräfin hat in der Lotterie gewonnen und ich bin hier, um ihr den Scheck zu überreichen. Wunderbar. Dürfte ich ihn einmal sehen? Nein, ich meine, nein, ich muss ihn persönlich übergeben. Die Gräfin spielt in keiner Lotterie. Ach, shit. Hey, verdammt nochmal, warum legen Sie mich dann erst rein damit? Um mich zu amüsieren. Damit Sie dastehen wie ein Idiot. Damit Sie verschwinden. Nein, ich meine... Oh, Mann. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wer will das wissen? Spekulieren Sie auf eine kleine Bestechung oder sowas? Es gibt nichts, was Sie mir bieten könnten, Senor. Außer dem Vergnügen Ihrer Abwesenheit. Der Typ schirmte die Gräfin offenbar vor der ganzen Welt ab. Aber warum? Das frag ich mich allerdings auch. Was können wir ihm anbieten? Vielleicht ein bisschen Gips? Haben Sie irgendeinen Verwendungszweck für eine Handvoll Gips? Nein. Okay, sehr effizientes Gespräch. Erkennen Sie diesen Mann? Nein. Immer noch. Ich schätze, diese rote Nase wird Ihnen nichts sagen. Ha! El Flocho! El wer? El Flocho! Er ist Clown im staatlichen Fernsehen. Oh, ist er gut? Er ist so lustig wie die Krätze. Nur lacht man bei ihm weniger. Er gar nicht. Schauen Sie sich diesen Stoff an. Das ist ein Lappen mit irgendwelchem schmierigen Zeug drin. Ja, das stimmt genau. Wissen Sie, was das ist? Sie! Ich habe ein ähnliches Werkzeug, um die Installationsschächte auf dem Anwesen zu öffnen. Gut. Erkennen Sie dieses Streichholzbriefchen wieder? Ich rauche nicht. Man kann ja auch ein Lagerfeuer damit anmachen. Oder Räucherstäbchen. Oder ein Gasherd. Sagt Ihnen dieser Laborpass etwas? Nichts. Was halten Sie denn hiervon? So ist das also. Sie sind Vertreter. Wenn ich medizinische Geräte verzocken wollte, wüsste ich aber bessere Orte. Das können Sie mir glauben. Sehen Sie diesen Edelstein? Männer sind dafür gestorben. Sehe ich etwa nicht so aus, als sei mir das völlig egal? Doch ein bisschen. Irgendwer hat geschrieben, probier doch mal, das mit der Hand zuletzt zu machen. Vielleicht klappt es dann. Ich bezweifle, dass es wichtig ist, wann man es macht. Weil stell dir mal vor, man bräuchte das. Und du würdest das zuerst machen und nicht zuletzt. Und dann ginge das nicht. Und dann wäre das Spiel kaputt. Und man könnte nicht mehr weiterkommen. Aber es glaube ich nicht. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ich habe es extra als letztes übrig gelassen. Möchten Sie mir gerne die Hand schütteln? Das glaube ich weniger, Senor. Das überrascht mich jetzt total, dass der mir die Hand nicht geben will. Okay, wir können über gar nichts mehr mit dem Reden. Das ist total ärgerlich. Ich gehe dann. Für jetzt wenigstens. Adios, Senor. Ähm. Ich habe jetzt zwei Fragen. Warum läuft George genau durch den Wasserstrahl und bleibt jetzt auch drin stehen? Zweitens. Ich kann jetzt gar nichts mehr hier machen, oder was? Jetzt bin ich umsonst hierher geflogen. 1.300 Kilometer. Teil des Hauses ist schon alt, aber nicht so alt wie der Schloss-Torteil. Ah, kommen wir doch rein. Kommen wir doch rein. Ah, 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 ah. Hey, Sie. Ja, was gibt's? Es würde Ihnen doch bestimmt auch nicht gefallen, wenn wildfremde Leute einfach in Ihre Wohnung spazieren würden, oder? Also nein, ich glaube nicht. Dann nehmen Sie doch selbst auch ein bisschen Rücksicht. Okay, sorry. Okay, kein Problem. Ich werde mich nicht reinschleichen. Oder so. Ich habe nämlich das Gefühl, ich kann hier vielleicht... Oh, warte mal. Ich gucke mal eben. Haha, ich habe da schon eine Idee. Mir widerstrebt der Gedanke, 30 Meter Gartenschlauch mit mir herumzuschleppen. Also lasse ich ihn einfach liegen. Ja, aber vielleicht können wir ihn ja irgendwie abklemmen. Ah. Geil. Hahaha. Mit dem Blut. Druckmessgerät. Hab ich den Schlauch abgedrückt. La 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 la. Oh, ist kaputt. Mein Schlauch hat aufgehört zu spritzen? Wirklich? Sie? Mein Schlauch hat noch nie aufgehört zu spritzen. Naja, tut mir leid, das zu hören. Es ist immer etwas traurig, wenn eine alte Tradition endet. Hatten Sie etwas damit zu tun? Ne. Also ich bin schockiert. Ich bin zu Steiner Staat. Wie können Sie so etwas nur denken? Ganz leicht, Senior. Ganz leicht. Ich werde jetzt herausfinden, warum mein Schlauch aufgehört hat zu spritzen. Und dazu werde ich in das Haus gehen. Sie jedoch werden keinen Fuß in das Haus setzen. Denn wenn Sie das täten, würde ich ja die Hunde auf Sie hetzen. Was machen wir denn jetzt? Wieso geht ihr denn ins Haus rein? Das finde ich nicht gut. Gehen wir jetzt einfach ins Haus? Der Hauptteil des... Bla bla. Ich glaube, wir tun es. Schnell. Geh weg. Oh, da sind Hunde drin. Lass uns hier schnell hinter dem Ritter verstecken. Geht das? Yeah. Hey, Sie da. Ich weiß, dass Sie da sind, Amerikaner. In Ordnung, ihr Hunde. Ich komme. Nein, tu es nicht. Nein. Kann man bei Baphomets Fluch eigentlich sterben? Was denn jetzt? Qu... Quitsch... Quitschel hoch? Oh. Madre Dios. Wer sind Sie? Ich heiße George Stobart. Es tut mir leid, dass ich hier so reinplatze. Verlassen Sie sofort mein Haus. Sie sind hier unerwünscht. Bitte, hören Sie mir nur eine Minute zu. In Ordnung. Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, Senor Stobart. Das klingt... leicht. Es hat eine ganze Reihe von Morden gegeben. Sie sind Teil einer Verschwörung. Auf jeden Fall hat mich die Spur hierher geführt. Hierher? Hier gibt es nichts, was die Welt da draußen interessieren könnte. Vor mehr als 600 Jahren gab es aber etwas. Was soll das heißen? Diese ganze Angelegenheit ist irgendwie mit den Tempelrittern verknüpft. Die Tempelritter sind nur noch Staub. Sie hatten ein Geheimnis, das so wichtig war, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, es zu verbergen. Ich verstehe nicht ganz, was das mit meiner Familie zu tun hat. Ihre Familie hatte doch eine enge Verbindung zu den Tempelrittern, nicht wahr? Ja? Ich glaube, Sie haben hier irgendwo einen Hinweis versteckt. Warum sollte ich einem völlig Fremden vertrauen, der in mein Haus eindringt? Ich möchte mich ja nur umschauen, wenn ich nichts finde. Dann verbringen Sie die Nacht auf dem Polizeirevier. In Ordnung. Ich weiß, dass Ihre Familie etwas mit den Tempelrittern zu tun hat, aber ich weiß nicht genau was. Sie sollten lieber fragen, was meine Familie damit zu tun hatte, Senor Stoppard. Die Tempelritter haben vor Jahrhunderten aufgehört zu existieren. Und was die De Vasconcelos angeht, so wird dieser Familienname mit mir aussterben. Das tut mir leid. Kein Grund. Oh nein. Okay, was immer passiert ist. Es ist vor fast 700 Jahren passiert. Wenn also die Tempelritter irgendwelche Spuren hinterlassen haben, dann sind sie in Dingen zu finden, die aus dem frühen 14. Jahrhundert stammen. Offensichtlich. Also was gibt es hier, das aus dem frühen Mittelalter stammt? Frühes Mittelalter. Lassen Sie mich nachdenken. Naja, das Haus selbst ist relativ modern. Kaum 300 Jahre alt. Oh, natürlich. Die Schachfiguren. Diese Schachfiguren sind über 600 Jahre alt? Die müssen ja ein Vermögen wert sein. Allerdings. Nicht, dass ich mich von ihnen trennen würde. Natürlich. Nein, das würde ich auch nicht. Das ist die Art Erbe, die man an seine Kinder weitergibt. Entschuldigung. Der Wert dürfte weit geringer sein, als Sie annehmen. Der Figurensatz ist nicht ganz vollständig. Eine der Figuren ist ein jüngeres Ersatzstück. Das Original ging vor langer Zeit verloren. Weiß denn niemand, wo es abgeblieben ist? Nein. Die Kinder hatten es, als sie verschleppt wurden. Kinder? Was für Kinder? Alles schön der Reihe nach. Senior Stopper. Oh mein Gott. Darf ich die Schachfiguren untersuchen? Sicher. Aber bewegen Sie bitte keine davon. Okay, danke. Aus der Nähe fiel die neuere Figur auf wie ein kaputter Finger. Noch etwas anderes war komisch an den Figuren. Alle Originale hatten unregelmäßige Fußstücke. Herrin, ich muss euch warnen. Da ist ein... Sie! Ich werde sie an die Hunde verfüttern. Lopez, was habe ich Ihnen gesagt, wegen dem Verfüttern von Einbringlingen an die Hunde? Aber, edle Herrin. Niemals ohne meine Erlaubnis. Senior Stopper, wenn ich das Gefühl bekomme, dass Sie meine Zeit verschwinden, werden Sie an die Hunde verfüttert. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas Interessantes zeigen. Folgen Sie mir. Wow. Muss ich was tun? Lopez, schließen Sie die Türe auf. Por favor. Das ist das einzige erhaltene Gebäude auf dem Grundstück, das noch aus der Zeit der Tempelritter stammt. Nett. Was ist das? Ein Sommerhaus? Ein Mausoleum. Senior Stopper. Oh. Kommen Sie mit? Eine Grabstätte. Hey, Senior. Ja? Ich weiß nicht, was Sie meiner Herrin erzählt haben, damit sie Ihnen diese ganzen Gefallen tut, aber ich traue Ihnen nicht. Sie haben keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Kommen Sie nicht rein? Nein. Die Toten interessieren mich nicht. Mein Garten ist etwas Lebendiges. Da können Sie mich finden. Das Mausoleum wurde im 13. Jahrhundert als letzte Ruhestadt für die Templer der Devas Concellos errichtet. Es ist gut gepflegt. Das hier sind meine Vorfahren. Und sie verdienen Respekt. Ich komme mindestens einmal pro Woche her, um ein Gebet für Sie zu sprechen. Darf ich mich etwas umsehen? Aber natürlich. Wow. Okay. Das finde ich gerade sehr, sehr, sehr spannend. Ich finde es ein bisschen lustig, wie schnell diese Tante uns hier reingelassen hat. Aber ich will mich doch nicht beschweren. Und jetzt schauen wir uns hier oben in diesem Mausoleum ab. 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 Oh, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Das war der Fischkopf. Bis dann und tschüss.